Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Fiesta Online Together mit Ritchi ZVLP Aloha Und mit Mia Lighting SP So, wir haben die Quest jetzt hier beendet und raus hier Yay, Bray, noch einmal vollen Ich mach auch das Buch tot Okay, einverstanden So Ich pull dann noch hier die Seite und dann treffen wir uns am Eingang Yay, hier steht ein Mob, wie episch Ich bring ein Mob zur Party mit Yay Oh, da ist sein Kriegerhemd gedroppt Oh yeah, hat sich hier richtig gelohnt schonmal Mit 6 Kon Naja Okay Nicht so imbar, aber besser wie nichts Gut Was jetzt? Ich schmeiß erst mal das hier weg Und das hier und dann Ähm, ja, würde ich sagen Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall noch Bruckzone Bruckzone? Felix Kebing? Achso, das Die können wir eigentlich hier killen schnell Die sind ja da vorne Was, wo? Die Bruckzone da Richtung Eldarine Wieso benutzt du jetzt das Pferd? Ach Holzpferd Na ja, und dann Was hast du nochmal schnelle Shieldies angenommen? Ne, oder? Nö Gut, dann gebe ich die wieder auf Ähm Oh mein Gott, lauf Da sind da Es folgt ein wilder Pino Was wo? Ah hier Hooray Äh ja, steig ab Äh ja Ich komme mir auch gleich zur Hilfe Haha Crit Items Da hinten Oh, das hier Zwei Stück Holy shit Wombo SpongeBob, das ist auf Mini eingestellt Mach's auf Wom Ist Wombo ein richtiges Wort? Ja Es gibt Wombologie Die Lehre des Wombos Wambos Wamm Irgendwas, keine Ahnung Weiter kann ich's nicht Hab ich gleich irgendwo auf Facebook gelesen Bist du das nicht sogar drinnen? Ja Yay Ich hab mich dran erinnert Hooray Proczone Was für ein scheiß Name Ja, schon Oh, sieht ja auch scheiße aus Passt Passt, so Wie hieß dieser Drache In dem Verlies da Ah ne, das war der genau Doch, das war der Ja Der hieß doch Cornelius, oder? Ja Cornelius, genau Ist doch mal ein epischer Boss Name Cornelius Ja Cornelius Kletter nicht so weit auf das Klettergerüst Ich kannte mal einen Cornelius, der hieß mit Nachname Leber Also Cornelius Leber Auch richtig episch So Ähm, ja jetzt müssen wir Eigentlich nicht hier rein Weil wir müssen doch Boah Alter Was denn? Was denn? Ich steig ständig auf dieses Scheiß Holz im Feld Ja, dann Mach's dir aus der Liste raus Wo bist du? Ach da Ich kaufe eine brennende Hügelschriftrolle Ich bin, äh Ich kauf mir auch ein Ich kauf dir selber einen Boah So, wie war das jetzt nochmal? Da muss man doch irgendwas Schiff Einer Schiff Inventar voll Yay Hurray, ich werde angegriffen Ähm Hurray, unser Haus Tankt das weg Perfekt Das heilt uns um 2 sogar Hurray Brennende Hügel benutzen Ja, schon wünscht ich, aufklicken. So. Ja, die brauchen wir zwar gar nicht, aber greifen wir uns halt gerade an. Alles töten. Ohne Gnade. Boah, geh mir weg. Bam, in dein Gesicht. So, und jetzt? Wir brauchen Mini-Fledermäuse. Oder Baby-Fledermäuse. Die sind doch hier. Ja, die sind links, glaube ich, ja. Pullen? Äh, hast du schon einen? Ja, ich glaube nicht, dass es zu weit mitkommt. Hier sind die meisten eigentlich. Pullen. Komm zurück. Nein, sie will nicht mit. Sie hasst mich. Akku ziehen, akku ziehen. Yay, alles tot. Wieder aufs Reit hier und sind hier goldene Schleime, brauchen wir die auch? Nein. Ja, da waren auf der anderen Seite mehr Mini-Fledermäuse. Boah. Nur noch zwei. Au, warte, die, das können wir eben töten. Da, die sind schon. Das ist ja schon wieder respawn. Sau, warte, die sind schon wieder drauf. Huuuuii. Akku ziehen, akku zieh. Aua. Lauf ein bisschen um dein Leben. Oh, die goldenen Schleime halten bisschen viel aus. Bam 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 Und Bam Komm schon Hooray Da ist schon wieder eins Aber hier ist noch eins Und hier ist noch eins Und noch eins Und noch eins Ich kann die Waffe nicht wechseln Hängt es wieder Nein, mein Inventar ist voll Achso Ruffel Trüffel Schokolade So Ein Wig Inventar ist voll, Hooray Geil So, dann gehen wir eben auf die andere Seite So Ich schmeiß jetzt auf jeden Fall schon mal das alte Holzpferd weg Okay 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 Die Ich bin einfach mal rein Wie Zerstören Ja Pfliedies So, was haben wir denn hier? Fledermaus Ah joo, Kumi, das Lounge Sterbt Ihr komischen Baby Fledermaus Wesen So, da, Synchronsterben Noch 6 Stück Hier ist noch eins So, auch tot Dann eben auf Respawn warten Ach, hier ist schon der Respawn Das geht ja so schnell hier Oh mein Gott Oh mein Gott Welch epische Geschwindigkeit Genau so episch schnell wie da wo ich gefreezed war Ja ne, ist aber schon schnell die Respawn Time Kann man ja nix sagen So, Baby Fledermaus fertig So, und dann ab rein hier Oh yeah In den Schrein Von denen dürfen wir aber nicht so viele pullen Ne Der Schrein Der Schrein So, warte mal die Schokolade zu stirsch man Oh, 3 Stück noch Meine Axt anlegen Höre Hooray Oh yeah, 3 von 8 Ja, die Quests später 2 von 100 So krass Oh, die brauchen wir ja auch Und in sein Gesicht, und in sein Gesicht Do it baby, do it, do it Oh, ich hab nicht mehr viele Lebenssteine Ich hab noch 34 Oh, ich hab noch 14 Oh, da hab ich noch 73 Damit bin ich relativ gut bedient Und in sein Gesicht, so Aber die Mucke ist hier auch relativ Okay Oh ja, auf die Magiebücher aufpassen, ne? Oh ja, die sind episch stark Vor allem gegen Krieger Ja So, und hier Babam Oh my god Wenn ihr euch jetzt denkt, warum extra gegen Krieger Dann ist das so Wenn ich hier auf C drücke, steht hier Zielen, Schaden, bla 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 Und Krieger Und Krieger haben eben Die niedrigste Ja, ich glaub Die niedrigste Magieverteidigung Ganz einfach Auf den Punkt gebracht So, gehen wir wieder hoch Oh mein Gott Oh mein Gott, es greift mich an Das greift dich an Ja, mir macht's nicht so wirklich schaden So Ach, da ist einer Hey, wie lange habe ich denn noch diesen blöden Debuff? Also die Debuffs sind echt ein bisschen übertrieben, finde ich Von der Länge her Haben ja eigentlich die, 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 die Dings, die Wie heißen sie denn? Cappings Cappings Fertig Fertig Mh, ja Mh, ja Nur noch die Grabräuber Mh, okay Oh mein Gott Oh mein Gott Cappings 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 Cappings